Eine bittige Masche, Sebastian. Und jetzt musst du hier Zitate bringen, weil wenn ich sie vorlese, überschlage ich mich direkt. Die haben wir dann auch wieder in einer billigen Zeitung gelesen. Und zwar hat sich Martin Schäfer, der Ex-Aufsichtsratsvorsitzende des VfB Stuttgart, sofort gemeldet. Bis 2017 hat er diesen Posten inne gehabt. Und Sebastian, ich würde dich jetzt mal bitten, das erste Zitat kurz vorzulesen. So war's. Jetzt wissen wir das auch. Also ich habe mir vorgenommen, mich jetzt hier nicht komplett in Rage zu reden oder so. Aber dass sich ausgerechnet Martin Schäfer da hinstellt und solche Statements abgibt, das sagt ja eigentlich schon alles. Also wirklich, da denke ich mir, erstens, wer hat dich überhaupt noch deiner Meinung gefragt? Jeder ist froh, dass er weg ist. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt denken, Mensch, wisst ihr noch, Martin Schäfer, als der da war, da war alles besser. Nee, überhaupt nicht. Es war eine Katastrophe. Und gleiches gilt für Mutschler und den Umgang mit den Vorwürfen in Sachen Datenskandal. Gleiches gilt für Bernd Geiser, der sich aktiv gegen den eigenen Präsidenten gerichtet hat, der versucht hat, zu meutern, möchte ich fast schon sagen, einen Putsch angezettelt hat. Stefan Haim, Jochen Röttgermann, die in Sachen Aufklärung vielleicht nicht unbedingt das unternommen haben, was man von diesen Vorständen erwarten durfte. Also das sind einfach für mich keine Ehrenmännern. Ich rede jetzt gar nicht von den Verlusten, die sie eingefahren haben, wie alle Beteiligten auch daran beteiligt waren, dass der VfB eben zweimal abgestiegen ist in kürzer Zeit, dass die 40 Millionen von der Ausgliederung mehr oder weniger zum Fenster rausgeworfen wurden und Michael Reschke da zwei Jahre auf der Studiacht durchs Ländle ziehen durfte. Davon rede ich überhaupt gar nicht. Und dann kommt der Schäfer hier mit einem Statement an und redet von Ehrenmännern. Da kriege ich es kotzen. Ohne Scheiß. Denke mir, halt doch einfach deinen Scheißmaul. Ohne Witz. Kein Mensch hat dich nach deiner Meinung gefragt. Ja, also es ist wirklich, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Mensch, Martin Schäfer müsste sich doch mal zu der Sache äußern. Es interessiert keinen. Niemand interessiert es. Und was die Leute nicht kapieren, ihr sorgt ständig dafür, dass Unruhe in diesen Verein reinkommt, durch solche Äußerungen. Und wenn du wirklich ein Interesse daran hättest, hier was zu ändern, dann unterstützt du doch von mir aus den Steiger oder den C oder irgendjemand, der gegen Vogt kandidiert. Und zwar nicht durch so Scheißinterviews mit so einem Fickblatt, sondern du versuchst dann, dich im Wahlkampf irgendwie zu beteiligen und von mir aus dann gezielt bei Wahlkampfveranstaltungen mit aufzutreten oder ihm einfach den Rücken zu stärken. Das kann man übrigens auch über Facebook machen oder über Twitter oder was weiß ich. Aber diese Kampagnen, diese Geilheit auf Beachtung, das ist das was, da kotze ich wirklich, der würde ich am liebsten vor seine Füße spucken. Das geht mir so auf den Sack. Und solche Leute haben den Verein zu dem gemacht, was er heute ist, die haben den kaputt gemacht im Endeffekt. Weil der VfB hatte mal ein gutes Fundament. Das haben die zerstört. Genau solche Leute. Und die stellen sich jetzt hierhin und sprechen von Ehrenmännern. Also, ich weiß nicht, Sebastian, wahrscheinlich habe ich eine Macke. Also es muss ein Ding. Nein, 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 nein. Alles gesagt, aber ich würde das so komplett unterschreiben, ja. Dann bitte das nächste Zitat. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich mich schon wieder über so einen Scheiß aufrege. Komm, eins haben wir noch, nee, zwei haben wir noch. Das ist eine ganz bittere Entwicklung, besonders die Unternehmenskultur beim VfB betreffend. Ich kann mir vorstellen, dass Sven Missentat und Thomas Hitzelsberger die wirklich erstklassige Arbeit leisten unter diesen Voraussetzungen kaum zu halten sein werden, wenn es andere interessierte Clubs gibt. Ja. Glaubst du es auch, dass es daran liegt, dass die Unternehmenskultur beim VfB einen Beitrag daran hat, dass das Missentat und Hitzelsberger mehr oder weniger schon händeringend nach einem anderen Arbeitgeber suchen? Es ist eine relativ exotische Kausalkette. Nein, ich glaube es natürlich nicht. Und die Unternehmenskultur beim VfB hat unter anderem auch Thomas Hitzelsberger zu verantworten und jetzt nicht unbedingt ein Klaus Vogt. Und auch, was wir letzte Woche besprochen hatten, dass der VfB jetzt einen Betriebsrat einrichten möchte, dass das Betriebsklima nicht so gut ist. Ja, das ist nicht die Verantwortung von dem EV-Präsidenten. Der EV hat da seine anderthalb, zwei oder drei Mitarbeiter und die AG ein paar hundert. Und wenn es da eine schlechte Unternehmenskultur gibt, dann ist das ein AG-Problem und kein EV-Problem. Martin, wer hat denn deine Unternehmenskultur geprägt? Ich sag's dir, deine Ehrenmänner waren's. Das war ein Röttgermann, das war ein Mutschler, das war ein Heim, das ist ein Port, das ist ein Jenner, das ist Franz Reiner und die ganzen Vögel. Das ist ein Wolfi Erhard, der da im Vereinsbeirat auch für Stunk sorgt, Dinge durchsteckt und seine eigenen Interessen verfolgt. Das sind die Leute, die diese Unternehmenskultur geprägt haben. Deine Ehrenmänner, das ist nicht Klaus Vogt. Und wenn Sven Missenthal oder Thomas Hitzesberger den Verein verlassen, dann liegt das nicht nur daran, dass Klaus Vogt hier Präsident ist. Mag sein, dass das dann auch irgendwie nicht geklappt hat zwischen den beiden. Sondern es liegt auch daran, dass ein Thomas Hitzesberger bis heute einen Geiser im Ohr hängt, bis heute Port ihm im Ohr hängt. Und er sich, Jenner und Franz Reiner auch, aber die sind mehr oder weniger Statisten. Und trotzdem sind die dabei, im Hitzesberger immer wieder Dinge mit einzulabern, die der natürlich vielleicht dann anders sehen würde, wenn es hier eine andere Unternehmenskultur gäbe. Und ein offenes Miteinander. Und hier hast du doch das Gefühl, ich sag's nochmal, dass ständig Leute versuchen, ihre eigene Agenda durchzudrücken. Sie haben wirklich nur ihre eigenen Vorteile im Kopf. Und nicht einmal denken die an den Verein. Und das habe ich vorhin schon gesagt, deswegen brauche ich es nicht zu wiederholen. Deswegen, das letzte Zitat, Sebastian, das ist, finde ich, ein schöner Rausschmeißer für Martin Schäfer. Grundsätzlich. Vielleicht kannst du das auch noch ganz kurz zum Besten geben. Äh, das mache ich. Ich muss aber kurz das Sendungsdokument wieder öffnen, weil ich es gerade aus Versehen geschlossen habe. Durch hatten, dann tut mir gerade gut. Passt. Und jetzt öffnet es nicht. Dann lese ich es vor. Soll ich es vorlesen? Das ist sehr schön. Ja, bitte. Okay. Wir haben noch 70 Business Seeds. Werden sie vermutlich zur neuen Saison nochmals reduzieren, da wir aktuell auch Gespräche mit dem SC Freiburg führen. Ja. Geh nach Freiburg! Die brauchen solche Leute wie dich. Hier will dich keiner. Vor allen Dingen diese Frechheit. Da setzt er sich hin mit 70 Business Seeds. Da piss ich drauf. 70 Business Seeds. Also da fällt mir wirklich überhaupt nichts mehr ein. Die paar Kröten da. Da denken die wirklich, die können jetzt hier einen Dicken machen oder was. Die 70, das darf ich mir nicht bieten. Die 70 Business Seeds, die nehme ich mit nach Freiburg. Geh hin! Als ob irgendjemand hier heulen würde, wenn 70 Business Seeds nicht mehr verkauft werden. Das ist auf einmal das große Problem oder was? Ja? Jahrelang wurden Millionen zum Fenster rausgeworfen für irgendwelche bescheuerten Trainer und Sportvorstände und jetzt droht der hier mit 70 scheiß Business Seeds. Also ich verstehe es wirklich nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht, wo diese Leute immer wieder ausgegraben werden. Das passt hervorragend nach Freiburg. Super. Nimm sie mit, die 70 Business Seeds. Finde ich toll. Sebastian, möchtest du vielleicht ein Business Seed vom Wirt kaufen? Ins neue Stadion. Ins neue Stadion. Wunderbar. 70 Business Seeds, du. Das gibt es doch überhaupt nicht. Jetzt klopft meine Frau gegen die Wand. Zu Recht. Wir müssen zum Ende kommen. Entschuldigung. 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 Be Kantar. Entschuldigung. Entschuldigung. Vielen Dank.